Ja, ich sehe gut. BAM! Peng, 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 pum, pum, pum. Michael Bay Produktion. 100% sicher. Mein Gott, steht der da. Heute gibt es Wildschweinbraten. Ich glaube, Obelix und Duke könnten sich ganz garantiert bestimmt gut zu... Okay. Oh, yeah. Oh, das ist der absolut cool, oder? Oh, ja. So, wo sind wir denn hier? Ja, ja, ja. Mit Steroiden vollgepumpt. Oh, das ist der Teufel. Ich sag nix mehr. Ne, ich sag nix mehr. Ich sag jetzt einfach gar nix mehr. Und... Iiiiiiii... Was ist denn jetzt? Ja, dieses Spiel... Das war, glaube ich... ein Jahrzehnt in Entwicklung. Also, mehr als zehn Jahre irgendwie sowas. Wisst schon. Oh. Wir sind im Hauptmenü. Ist ja ein Wahnsinn. Und es leckt. Ein Wahnsinns-Mega-Lack. Warte, ich muss jetzt mal... Ich muss mal die Audio... Wieso? Hm. Ach, wird schon passen. Ja, es war die Langenentwicklung. Und jetzt spiele ich's. Hahaha. Nach Terraria. Ach so, ja genau. Für die Leute, die sind interessiert. Terraria mache ich jetzt Pause. Bis zum... dem Zeitpunkt, wo das Update rauskommt. Und dann werden wir es wieder spielen. Hehe. Ja. Ähm... Für die Leute... Sag mal, könntest du offen zu lecken? Kinderspiel. Locker. Du bist kein Zocker. Ich und kein Zocker. Dann... Oh Gott. Schwer. Gegner sind stärker und vertragen mir Schaden. Empfohlen für die meisten Spieler. Wir sind... Ich glaube, wir sind der Durchschnitt. Ich bin der gute Durchschnitt. Ähm... Ja. Ähm... Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Ach ja, genau, genau. Nimm Steroide. Also, für die Leute, die es interessiert. Ich habe den Audio auf Englisch. Und halt alles andere auf Deutsch. Den Text und so. Weil... Ich die englische Stimme einfach mal... Ich finde diese Stimme einfach mal... 100% geiler als... Die Bruce Willis-Synchro. Jedem das Seine. Ich finde es halt einfach viel cooler. Lün...lüncht. It's time. Nein, warte. Wie geht das? Oh Gott. Jetzt... Ich habe einfach überhaupt gar kein Pein mehr. Ich bin fürs Zocken bestimmt... Und nicht fürs... Fürs Üben und fürs Lernen... Und fürs Sprechen... Und fürs Übersetzen. Und... Und... Das geht nicht immer. Zeit, zu stoppen, zu schlafen und zu bringen diesen großen Mann zurück. In der Aktion. Jungs wissens. Oh. Huh. Piss. Sonnme. Piss. Piss on me. Oh. Huh. Schick. Gar nicht schade. So. Wir waschen mal. Mit allen vier Waschbecken. In die Hände. Nein. Natürlich mit Seife. Natürlich mit Seife. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Spieleentwickler... Einen Sinn für Humor haben. Das weiß ich. Oh. Leck. Leck. Huh. Wer hat mein Shampoo? Oh. So. Okay. Oh. Come on. Iiih. Da schwimmt ja was drin. Wir pissen mal drauf. Wir pissen. Wir geben einen Piss drauf. Okay. Das ist gross. Iiih. Iiih. Mein Gott. Ich hab's am Schuh. Ich hab's am Schuh. Ich hab's immer noch am Schuh. Oh Gott. Ich muss mich duschen. Ich muss mich duschen gehen. Duschen. Duschen. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Ich bin meine... Nein. Ich bin nicht mal meine Kacke getreten. Verdammt. Iiiih. Iiiih. Wäääh. Wäääh. Das ist eklig. Das ist eklig. Wieso nehm ich die ganze Zeit auf? Was? Teufel? What the hell? No. Come on. No. This is disgusting. Profit? Right. You ready? One. Two. Break. Ein Cockblock. Was zum Teufel ist das eigentlich für ein Viech? Benutzner. Ah. Ohoho. Was heißt das? Oh. Hey, check out the red marker. It smells like cherries. Äh. Wie macht man... Okay, ich bin ein ganz schlechter... Oh, Mann. Mann. Guter Plan, Duke. Das ist fast das Batman-Logo. Ah. Uh. Uh. Also, ich mach jetzt nur die Umrisse nach. Ist hoffentlich klar, oder? Das ist genial. Ja, schon, oder? Das ist voll genial. Was ist das? Oh. 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 Oh ja. Oh ja. Oh, jetzt kommt... Jetzt kommt ne Ultra-Bomben-Zeit. Oh, Mann. Das ist... Ich meine, ich verstehe gar nicht, aber ich glaube, wenn ich das getan hätte, würde der Mann da noch seinen Arm haben. Und zumindest eine von seinen Ballen. Äh. Verdammt noch, er hat beide. So. Hey, check out the red marker. Halt die Klappe. So. Ne? Ist es nicht einfach mal das übel Vieh schlechthin? Natürlich mit Patscher-Händchen. Halt die Klappe, Mann. Okay, das ist einfach nur... Das ist eine Schande. Aber warte. Er braucht noch grüne Haare. Okay. Das ist perfekt. Halt die Klappe, Mann, ey. Ganz ehrlich. Bäh. Okay. So. Das ist... Es ist verrückt, aber das könnte echt klappen. So. Ich gehe nicht ohne meine Wurst. Boah, es ist so eklig. Es ist so... So. What ist das so... Hier, fang mal. Granate. Muss ich jetzt hingehen? Was muss ich jetzt machen? Oh mein Gott. Uh. Das war ziemlich aggro. Scheint tot zu sein. Scheint tot zu sein. Wir retten die Allgemeinheit. Dum 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 dum. Was ist denn? Was ist denn? Das sind Aliens. Das sind... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn erledigt? Oh Gott. Das ist ja... Buh. Was ist denn das denn für... Oh Gott. Der hat mir richtige Zähne. Schade. Man kann ihm nicht das Gebiss einschlagen. Wo ist meine Wurst? Wo... Ahaha. Was bin ich, ein Chimpanzee? Klappe. Was? Ihr gedrückt halten. Für den Devastator. Für alle die, die... You can... Also halt die ersten Dinge gespielt haben. Glaub ich die. Okay. In your face. Ah. Stopp. Stopp. Der kann auch schießen. Los. Los. Stopp. Oh mein Gott. Es regnet. Ich hab keine Muni mehr. Und er hat nicht mal die Hälfte seiner Leben verloren. Okay. Das ist ein... Oh. Verlaufen. Na 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 na. Hier ist der Muni. Hier ist der Muni. Oh mein Gott. Was? Munitionsnachstück. Ja, ja, ja. Oh. Wo denn? Wo denn? Bin ich bescheuert? Hör auf, wenn ich so schießt, man. Aha. Hier ist ne Flamme. Yeah. Los. Kleines. Viech. Nein, nicht. Das ist los. Hier. Wo ist die Viech? Was? Los. Los. Los, 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 los. Ähm. Oh, oh. Der schießt auf Meli. Los. Oh mein Gott, der hat Inlineskates. Der hat Inlineskates mehr für eine Muni mehr. Ne. No, no, no. So, jetzt. Und jetzt. Es ist so hart. So. Los. Ja. Sterb. Sterb. Ja, ja, ja. Pas, 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 pas. Schon wieder keine Munis. Schon wieder keine Munis. Muni. Muni. Ha. So. Heiß. Mann, der hat mich. Los. Los. Er ist tot. Er ist tot. Los. Ist er doch nicht tot, oder was? So. Klettern. Es kommt. Zum herausreißen. Was reißt wir denn jetzt mit dem Schlau-Sum-Kabel? Was? Oh, natürlich. Es ist ja ein Roboter. Natürlich, es ist ein Roboter. Also hat er auch Kabel. Ich mein. Iiiiiiii. Wir schießen unser Fieldcoat bevor wir sterben. Was? Was zum Teufel? Okay. Okay, alles klar. Alles. Okay, coole Xbox-Nachmage. Cool X. War es gut für dich, Baby? Heiliger. Was ist das Spiel, Duke? War es gut? Ja, aber nach 12 Jahren, sollte es sein. Ja, da haben wir es. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre war das Spielentwicklung. Wenn du immer wieder spielen möchtest, lass uns wissen. Ähm, ja. Schau, Duke, sie spielen unser Video. Dein Haar sah so gut diesen Tag. Seriously. Ich weiß, oder? So wie es dir ist. Oh mein Gott, ich habe ein Interview. Ich bin im Fernsehen. Ach, Aliens sind wieder hier. Na, wie toll. Ich weiß, ob es schön ist, gestikulieren in der Nähe der Schiffe. Ich frage mich wohl, was die damit meinen. Ach, Klappe. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Sicher. Alles klar, ja, ja. Na los. Aber was ist das denn? Alter. Also ich meine, das Zimmer ist ja eigentlich relativ nett eingerichtet. Aber was soll das sein? Es kann kein... Ja, das ist sowieso cool. Aber ich finde die... Also das ist den Controller. Den finde ich einfach mal richtig heiß. So, und wo kamen bitte schon die Schiffe von hier aus? Okay, ich habe die auch gesehen. Oh, ich sehe heiß aus. Ich sehe scharf aus. Und was ist hier? Ah. Schon wieder. Oh, ich sehe bestimmt... Ich sehe... Was? Was? Okay, was zum... Okay, wir können uns anhimmeln. Alles klar. Alles klar. Ah. Mieso? Habe ich auf so einem kleinen Fleck drei Duschen? Nein, überhaupt nicht übertrieben. Ah. Wir müssen erst mal wieder ein bisschen strullen. What? Dafür kriege ich... Dafür kriege ich Leben? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte hier rausgehen. Ich sollte hier dringend rausgehen. Ich fühle mich ziemlich... Oh. Ein Heli. Mehrere Helis. Und ein riesen Schiff. Natürlich. Natürlich. Ich meine, eine Frage kann man hier nicht speichern. Nö, hier gibt es noch Checkpoints. Hier gibt es noch Checkpoints. Kugelstoßen. Oh. Ist ja cool. Ich kann hier Billard spielen. Oh. 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 Oh, ich weiß. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wenn ich alles eingeloggt habe, dass ich... Ich lache auch immer so, wenn ich eine Kugel feste... Ganz ehrlich... Das ist so... ...art komisch. Oh yeah. Oh yeah. Ganz ehrlich, spult nochmal drei Sekunden vor und habt eure Augen zu. Das ist, glaube ich, ziemlich... ...abstoßend. Was? No. No, 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 no. No, 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 no. Ich verfluche euch alle. Ich verfluche euch alle. Und der kriegt schon wieder seine... ...seine Lachanfälle. Sag mal, wieso sind der nicht 100 Milliarden hier in die ist? Pup. Los. Oh yeah, right there. Oh yeah. Ernsthaft? Ja, nein. Sag mal, ganz ehrlich, spielt ihr auch so Billard? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben so Billard gespielt habe. Natürlich spürt man das mit nem Schlägen. What the fuck? Ja, jetzt. Was? Für ein schlechter Witz. Schlecht. Mädels, dafür kriegt ihr Licht aus. I'm scared of the dark. Hold me. No, hold me. Nein. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich stehe vor meinem Ding und ich mache hier Pause. Vielen Dank wirst du, Stau. Und ich hoffe, euch gefällt. Das Spiel. Natürlich. Oh man, ich bin schon wieder viel zu dunkel. Aber naja. Lasst mich eure Meinung wissen. Oh ja. Erstmal gucken wir eine Zigarre schlürfen. Schlürfen. Rauchen. Mein Name ist Ben. Und ich sage für Duke Duke forever. Für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.